Ja, vielleicht kurz noch was zu mir. Ich habe so zu viel studiert, bin aber inzwischen nicht mehr in der Wissenschaft tätig, sondern außerhalb aus sozialer Arbeit und Verwaltung. Ich mache aber nebenbei noch zwei Blogs, der sich mit soziologischen Themen auseinandersetzt. Der eine versucht, so ein bisschen strengere Theoriearbeit zu machen, der andere versucht sich an den Übersetzungsleistungen, von denen wir jetzt schon gesprochen haben. Und mein Vortrag, den ich jetzt machen werde, wird auch sehr stark... Also ich bin der Beobachter... Achso, Entschuldigung. Also die Blogs, ich treibe jetzt mal ein Beobachter der Modernen unter dem Titel oder Pseudony blogge ich und daneben noch ein Beobachter-Lab, wo ich halt versuche, diese Übersetzungsarbeit zu leisten und komplizierte systemtheoretische Begriffe tatsächlich in der Alltagssprache versuche zu übersetzen. Und den Vortrag, den ich jetzt hier machen werde, hat schon eher den Stil des Beobachter-Labs, also der ist sehr zugespitzt, übertrieben möglicherweise. Und es ist halt im Grunde genommen, das ist mir gestern erst bei der Ad-Hoc-Gruppe von Stefan Sech geklar geworden, bin ich öffentlicher Soziologe in gewisser Weise. Ich habe nie so drüber nachgedacht und mache das einfach und spannend wäre dann eigentlich, was Stefan, also ich tut es uns seit gestern, was er dazu denkt, viele Facetten, die er schon in seinem Vortrag angesprochen hat, müsste man mal gucken, ob die nicht dann auf meine Blogs zutreffen. Aber das ist dann eine Sache, die können wir dann nochmal machen. Ich komme jetzt erstmal zu meinem Vortrag. Ich versuche jetzt noch eine andere Facette auf das Themenfeld zu werfen, was wir schon hatten. Und fange jetzt einfach mal an. Der Titel meines Vortrags lautet, hat sich die Soziologien ein Doppelbein verfangen? Die einen oder der anderen wird sich schon gedacht haben, die Frage ist rhetorisch gemeint. Es ist tatsächlich die These dieses Vortrags, dass sich die Soziologien ein Doppelbein verfangen hat. Und diese These bezieht sich auf eine weitverbreitete Selbstbeschreibung der Soziologie, wonach sie den Anspruch erhebt, die Gesellschaft zu analysieren und zu verändern. Ich versuche im Folgenden zu zeigen, dass diese beiden Ansprüche unter der gesellschaftsstrukturen Bedingung funktionaler Differenzierung nicht miteinander vereinbar sind und dass darin einer der wichtigsten Gründe für das aktuelle Englisch-Problem und den Relevanzverlust der Soziologie zu sehen ist. Die Doppelbein-Theorie stammt ursprünglich von dem Anthropologen und Verhaltensforscher Gregory Bateson. Die Idee hinter den Doppelbeins ist eigentlich schon etwas älter. Da wir in Trier sind, kann man ruhig mit darauf hinweisen, dass bereits Karl Marx mit einer ähnlichen Idee gearbeitet hat. Wir gehen ja davon aus, dass der Kapitalismus an seinen inneren Widersprüchen zugrunde gehen wird. Diese Idee, dass ein System an seinen inneren Widersprüchen zugrunde gehen kann, wird mit der Doppelbein-Theorie auf Familiensysteme übertragen und beschreibt einen tiefgreifenden Beziehungskonflikt zwischen den Mitgliedern der Familie. Dass es zu diesem Beziehungskonflikt kommen kann, liegt unter anderem daran, dass den Familienmitgliedern keine gemeinsame Sprache zur Verfügung steht, mit denen sie ihre Beziehung zueinander beschreiben können. Und der Doppelbein selber ist eigentlich ein Verhaltensmuster, bei dem schließlich eine der beteiligten Personen eine Verhaltensauffälligkeit zeigt, die dann in der Psychologie als schizophren gezeichnet wird. Der Doppelbein lässt sich verkürzt oder vereinfacht als ein Widerspruch zwischen dem Inhalt und dem Beziehungsaspekt einer Mitteilung beschreiben. Der Beziehungsaspekt wird in der Regel über den Inhaltsaspekt mit ausgedrückt. Anders formuliert, mit jeder Mitteilung wird implizit auch eine Rollenerwartung an den Adressaten kommuniziert. Das gilt natürlich erst recht für explizite Selbstbeschreibung. Wenn die Soziologie den Anspruch bringt, die Gesellschaft zu analysieren und zu verändern, weist sie damit nach dem außerwissenschaftlichen Publikum eine bestimmte Rolle zu. Problematisch wird es, wenn sich das Publikum nicht in die zugedachte Rolle drängen lässt. Dann kann die Soziologie natürlich auch keine Bestätigung für ihre Rolle bekommen. Um nun zu zeigen, dass diese beiden Ansprüche von Gesellschaftsanalyse und Veränderung nicht miteinander vereinnert sind, möchte ich auf die Umweltbedingungen eingehen, in der die Soziologie versucht, mit ihrer Selbstbeschreibung anschlussfähig zu bleiben. Dafür greife ich auf die Theorie-Funktional-Differenzierung von Niklas Wumann zurück. Mit ihrer Hilfe wird verständlich, warum die Selbstbeschreibung der Soziologie auch als ein falsches Image im Sinne von Irwin Goffman wahrgenommen werden kann. Die Double-Bein-Theorie bezieht sich zunächst nur auf Interaktionssysteme. Der große Vorteil der Luhmannschen Systemtheorie ist, wie ich finde, dass sie Interaktionstheorie, Organisationstheorie und Gesellschaftstheorie miteinander verbindet. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, die Verbreitung bestimmter Kommunikationsmuster über Interaktionssysteme hinaus, wenn es sein muss, bis zur Ebene der Weltgesellschaft verfolgen zu können. Das Verbindungsstück dafür ist diese Vier-Felder-Matrix. Luhmann unterschied damit vier Zurechnungskonstellationen, in denen es zu Kommunikationsproblemen kommen kann. An diesen Problemstellungen setzen die einzelnen Funktionssysteme der modernen Gesellschaft mit ihren Lösungsversuchen an. Alle Funktionssysteme lassen sich jeweils auf ein spezifisches soziales Problem zurückführen, das ihnen doch noch nicht mit diesen Zurechnungskonstellationen identisch ist. Eine weitere Präzisierung ist noch notwendig. Aufgrund der Kürze der Zeit kann ich leider hier nicht jede einzelne Problemkonstellation erläutern, beziehungsweise dann die Bezugsprobleme der Funktionssysteme. Ich werde im Folgenden nur auf die beiden eingehen, auf die mit dem Anspruch, die Gesellschaft zu analysieren und zu verändern, Bezug genommen wird. Allgemein gilt erstmal für alle Zurechnungskonstellationen, die Kommunikation läuft immer von Alter zu Ego, beziehungsweise ich werde im Folgenden weiter von Adressat und Absender sprechen. Also Alter ist der Absender und Ego der Adressat. Entscheidend ist dabei nicht, wie der Absender seine Mitteilung gemeint haben könnte, sondern welchen Eindruck diese Mitteilung auf den Adressaten macht. Es geht also um die Frage, was kann den Adressaten dazu motivieren, ein bestimmtes Kommunikationsangebot anzunehmen? Und im Falle der Soziologie, das ist dann meine These, scheint der Grund für die hohe Ablehnungswahrscheinlichkeit darin zu liegen, dass mit dem Anspruch, die Gesellschaft zu analysieren und zu verändern, auch zwei unterschiedliche soziale Probleme in Bezug genommen wird, die heute unterschiedliche Lösungen erfordern. Gesellschaftsanalyse erhebt eindeutig einen wissenschaftlichen Anspruch. Das Bezugsproblem der Wissenschaft besteht darin, dass ein Absender sein Erlebnis mitteilt und die Annahme davon abhängt, ob der Adressat ihren Eindruck hat, aufgrund dieser Mitteilung genauso zu erleben wie der Absender. Die Annahme wissenschaftlicher Kommunikation gelingt über die methodische Überprüfung. Nur wenn der Adressat nachvollziehen kann, warum der Absender etwas so sieht, wie er es sieht, erscheint seine Mitteilung annehmbar. Dafür muss der Absender die Theorie und Methoden explizit mit angeben, die ihn zu einem bestimmten Forschungsergebnis geführt haben. Die Theorien und Methoden sind im Grunde genommen eine Anleitung, wie man genauso erleben kann wie der Absender. Wie gut das gelingt, ist noch eine andere Frage, aber es geht faktisch immer darum, entscheidend ist die methodische Überprüfung, denn nur sie sichert die Nachvollziehbarkeit der mitgeteilten Informationen und schließt es zugleich aus, dass es sich nur um das eigene Liegerleben einer einzelnen Person handelt. Das Bezugsproblem auf Veränderung, genauer gesagt auf Personenveränderung, haben sich so verschiedene Systeme wie Krankenbehandlung, Psychotherapie oder soziale Arbeit spezialisiert. Das Bezugsproblem Personenveränderung der Systeme besteht darin, dass ein Absender sein Erleben mitteilt und der Adressat aufgrund dieses Erlebens handelt. Das Erleben, um das es in diesem Fall geht, ist das Selbsterleben des Absenders als hilfsbedürftig. Bei körperlichen Verletzungen ist die Hilfsbedürftigkeit aufgrund der Sichtbarkeit der Verletzungen noch relativ leicht nachzuvollziehen. Schwieriger wird es schon bei Beschwerden, die keine körperlichen Symptome zeigen. Genauso schwierig steigt sich dann auch die Auswahl geeigneter Behandlungsmethoden. Das Problem macht sich am stärksten in der Psychotherapie bemerkbar. Allgemein gilt für alle Systeme der Personenveränderung. Es trägt immer dann Probleme auf, wenn die Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung als hilfsbedürftig nicht miteinander beeinstimmt. Und damit man bei der Feststellung der Hilfsbedürftigkeit nicht nur auf das subjektive Erleben der einzelnen Betroffenen angewiesen ist, benötigt man Wissenschaft. Und für die Entwicklung geeigneter Behandlungsmethoden erst recht. Ein vergleichbares Funktionssystem zur Veränderung der Gesellschaft gibt es dagegen nicht. Versteht man, wie die Systemtheorie und der Gesellschaft die Gesamtheit der stattfindenden Kommunikation, dann reden wir nicht über Deutschland oder Europa, sondern über die weltumspannende Kommunikation. Und es stellt sich die Frage, wie soll die eigentlich geändert werden. Milliarden von tagtäglichen Kommunikationsereignissen lassen sich nicht einfach zu verändern. Das ist schlicht unmöglich. Hinzu kommt außerdem, dass keine Gesellschaftsveränderung möglich wäre, ohne die betroffenen Menschen mit zu verändern. Denn ohne Menschen wäre Kommunikation nicht möglich. Wenn allerdings eine direkte Gesellschaftsveränderung nicht möglich ist, dann ist der Weg für Gesellschaftsveränderung eigentlich bereits vorgezeichnet. Er läuft über die Veränderung von Personen. Damit jedoch heute keine Maßnahmen zur Personenveränderung voreilig umgesetzt werden, hat sich inzwischen eine Arbeitsteilung zwischen der Wissenschaft und den helfenden Systemen entwickelt. Diese Gestaltung ist wie folgt. Helfende Kommunikation benötigt bestimmte Sollwerte, auf die sie hinarbeiten kann, um eine Person als verändert, das heißt als nicht mehr hilfsbedürftig betrachten zu können. In diesem Sinne behuht jeder Person Veränderung auf einer normativen Grundlage. Um zu wissen, was realistische Sollwerte sind, auf die man hinarbeiten kann, muss man zunächst erstmal wissen, was möglich ist. Hier kommt die Wissenschaft ins Spiel. Durch wissenschaftliche Arbeit lässt sich feststellen, was ist und was auf dieser Grundlage noch als erreichbares Ziel definiert werden kann. Wissenschaft begrenzt also auf diese Weise den Operationsspielraum helfender Kommunikation. Sie greift damit aber nicht selbst in die Operationen helfender Systeme ein. Das ist ganz wichtig, um den Veränderungsanspruch der Soziologie beurteilen zu können. Bei Gesellschaftsveränderungen, wie sich das viele Soziologen vorstellen, ist praktisch nicht möglich. Das soll jedoch nicht heißen, dass die Soziologie nicht in der Lage wäre, soziale Veränderungen anzuregen. Unmöglich ist lediglich eine direkte Gesellschaftsveränderung. Indirekt kann dir das durchaus gelingen. Durch die soziologische Forschung sollte eigentlich das Wissen über die Funktionsweise der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden, mit dem dann auch die helfenden Systeme ihre Arbeit zur allseitigen Zufriedenheit erledigen können. Dazu muss die Soziologie darauf aufnahmebereit sein, wenn es zur Kritik an dem zur Verfügung gestellten Wissen kommt. Soll es in der Soziologie oder wirklich darum gehen, anderen Menschen zu helfen, dann kann es nicht mehr darum gehen, irgendwelche unerreichbaren Utipien zu erfinden. Unrealistische Erwartungen führen zu inadäquaten Lösungen, die am Ende mehr Schaden anrichten als Nutzen bringen. Das scheint mir einer der wichtigsten Gründe zu sein, warum die Soziologie heute ein Imageproblem hat. Sie stellt häufig kein Wissen mehr zur Verfügung, mit dem es möglich wäre, anderen Menschen zu helfen. Ich weiß, das ist eine ziemlich starke These. Nichtsdestotrotz, das kann sich nur ändern, wenn die Soziologie den Wissenschaftsanspruch wieder ernst nimmt. Handwerklich gute Analysen machen eine effektive Hilfe möglich. Die Soziologie muss also methodisch geprüftes Wissen zur Verfügung stellen, aus der sich dann auch Handlungsmöglichkeiten oder Operationsmöglichkeiten für helfende Kommunikation ableiten lassen. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass sie den Anspruch, die Gesellschaft verändern zu wollen, aufgibt. Im Kontext der Theorie-Funktional-Differenzierung ist deutlich geworden, dass es sich dabei nicht nur um eine praktische Möglichkeit handelt, sondern zugleich auch um eine gravierende Fehlinterpretation der eigenen gesellschaftlichen Rolle. Die Krise des soziologischen Diskurses lässt sich meiner Meinung nach zu weiten Teilen aus dieser Rollenvermischung zwischen helfendem und analysierendem Anspruch erklären. Die Soziologie ist meiner Meinung nach heute nur noch damit beschäftigt, um den Beziehungsaspekt bzw. ihre eigene Identität zu bringen und darüber hinaus ist sie nur noch sehr schwer möglich, etwas in der Sache beizutragen. Einer der Gründe dafür scheint mir zu sein, dass in der Soziologie heute überwiegend Theorien verbreitet sind, mit denen es nicht mehr möglich ist, die Beziehung der Soziologie zu ihrer Umwelt zu beschreiben. Hinzu kommt weiterhin, dass funktionale Differenzierung auch an der sozialen Umwelt der Soziologie nicht spurlos vorbeigegangen ist. So heißen, von der Soziologie als Wissenschaftsdisziplin wird heute überhaupt nicht erwartet, dass sich die Gesellschaft verändert. Der helfende Anspruch kann dann im Kontext dieser Erwartungshaltung nur noch als ein falsches Image wahrgenommen werden, denn er widerspricht dem wissenschaftlichen Anspruch. Sollte die Soziologie trotzdem weiter an diesem Doppelanspruch festhalten, befürchte ich, wird sie weder ihrem Helfenden noch ihrem wissenschaftlichen Anspruch gerecht werden. Das wird weite Teile des Publikums dazu treiben, sich von der Soziologie abzuwenden. In meinem Vorabtext für den Blog des Soziologie-Magazins habe ich diesen Prozess, der daraus entsteht, als Spirale wechselseitiger Nichtbeachtung beschrieben. Aus Zeitgründen kann ich jetzt auch leider nicht weiter darauf eingehen, bei Interesse dann auf dem Blog des Soziologie-Magazins vorbeischauen. Kurz gesagt, es kommt zu einer langsamen Explosion der Soziologie. Es muss allerdings betont werden, dass der Double-Bind, also die Doppelbindung zwischen den Teilen der Soziologie und den Teilen des Publikums besteht, die weiterhin an diesen Doppelanspruch der Soziologie glauben. Die sinkende Anschlussfähigkeit der Soziologie ist eigentlich nur ein Nebeneffekt dieses Double-Binds. Ich hoffe, ich konnte mit meinem Vortrag etwas plausibel machen, dass sich die Soziologie in einem Double-Bind verfangen hat und nun langsam an die widersprüchlichen Erwartungen, die sie selbst verbreitet hat, zugrunde geht. Der innere Widerspruch der Soziologie besteht mit dem Doppelanspruch, die Gesellschaft analysieren und verändern zu wollen. Dieser Widerspruch lässt sich auch nicht auflösen. Vielmehr ist eine stärkere Reflexion des Verhältnisses beziehungsweise der Beziehung der Soziologie zu ihrem gesellschaftlichen Umfeld notwendig. Sie muss sich stärker als Wissenschaftsdisziplin abgrenzen. Gelingt ihr das, wird es ihr auch gelingen, soziale Veränderungen anzuregen. Denn um soziale Veränderungen anlegen zu können, muss die Soziologie eigentlich nur das tun, was ihre gesellschaftliche Funktion ist. Wissenschaft betreiben und die Forschungsergebnisse verbreiten. Man sollte sich allerdings auch darüber im Klaren sein, dass man keine Kontrolle darüber hat, wie das zur Verfügung gestellte Wissen von anderen angewendet wird. Das hatten ja schon meine Vorredner ein bisschen in der Beziehung zu den Medien angesprochen. Vielen Dank. Vielen Dank für den super, super Vortrag. Also klasse. Ich hoffe, da hören wir noch mehr von dir dazu. Und ich würde mich noch interessieren dafür, ob das, was du sagst, diese Selbstexplosionsschleife, die schon eingetreten ist im Verhältnis zum Naturwissenschaften. Das ist ja auch eine Art Umwelt innerhalb des Systems der Wissenschaft. Und ich meine nämlich, auch von meinem eigenen Hintergrund, im sehr technischen Umfeld als Soziologe, dass genau diese Selbstexplosion und diese Unnützlichkeitsunterstellung, auf Basis dieser Unnützlichkeitsunterstellung, schon eingetreten ist. Ich weiß nicht, ob du das nochmal vielleicht da drauf eingehen kannst, wie du es sehen willst. Also nicht zur Öffentlichkeit, sondern innerhalb der Wissenschaft, die Naturwissenschaft als Öffentlichkeit oder als Umwelt der Sozialsysteme. Ich denke, ich würde das auch. Ich habe eigentlich sogar mehr die Kanäle, also die Verbreitungskanäle im Grunde genommen im Auge gehabt bei der Vorbereitung meines Vortrags, um sozusagen auch in die Politikberatung reinzugehen. Was du schon gesagt hast, in die soziale Arbeit, systemische Therapie kommt teilweise so ein bisschen mit vor. Und dann auch die Vernetzung mit anderen Wissenschaftsdisziplinen, die auch was dazu sagen können. Sei es die Medizin, sei es die Biologie oder Chemie. Und gerade wenn Soziologen dann versuchen, auf naturwissenschaftliche Theorien zuzunehmen, könnte da sehr schnell, ich will nicht sagen Inkompetenz, aber schon ein bisschen nicht so richtig, wie man, kommt nicht so richtig dann rüber, wie man naturwissenschaftliche Konzepte auf Sozialwissenschaften übertragen kann. Die Spezifizierung dieser Konzepte, das Problem stellt sich ja auch bei der Systemtheorie, in der ganzen Kybernetik, die ja eigentlich aus einer ganz anderen Ecke kommt, oder dann Autobus ist, kommt ja eigentlich aus der Biologie. Ich denke, da ist noch viel Arbeit notwendig, um das auf Sozialwissenschaften anwenden zu können, um dann auch wieder bei Naturwissenschaften anschlussfähiger zu werden. Im Prinzip widersprechen ist ja radikal, das ist ja etwas normales Festhalten. Du sagst ja eigentlich, die Grenzen deutlicher ziehen, Sozialwissenschaften zu anderen Disziplinen, und ich spreche eigentlich von der disziplinierten Disziplinlosigkeit und letztendlich von der Selbstenthronung der Soziologie zu machen, ohne Soziologie zu nennen, so könnte man das auch sagen. Und das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was nur als Lösung ist. In gewisser Weise schon. Und wahrscheinlich, wenn man dann mal meinen Blog unter einer Prämisse analysiert wird, dann feststellt, auch ich mache das. Ich unterlaufe diese Grenzen wahrscheinlich auch sehr stark. Und ich finde, es kommt dann einfach nur auf die Selbstdarstellung an, wie man das eine vom anderen sauberer trennen kann. Ich benutze halt diese scharfe, sozusagen analytische Trennung erst mal als meinen Orientierungspunkt, um dann nicht quasi mich in der Praxis zu verlieren, muss man so auszudrücken. Erstens, dort hinten. Ja, danke für den Vortrag. Ich hätte eine Frage zu deiner Grundannahme, die mir falsch zu sein scheint, nämlich, dass die Soziologie diesen Doppelanspruch irgendwie immer schon vertritt, also Gesellschaft zu analysieren und zu verändern. Also, wenn du am Ende sozusagen als Lösung anbietest, sozusagen man muss sich mehr auf die wissenschaftliche Arbeit, sozusagen die Bestimmung des Funktionssystems Wissenschaft konzentrieren, um sozusagen, ja, diese eine Seite zu bedienen und dann auch nach außen hinzukriegen. Genau, um das andere hinzukriegen. Dann würde ich sagen, also dieser Anspruch, sich auf das Wissenschaftliche zu konzentrieren, das hat sich ja seit der, also seit der Institutionalisierung der Soziologie hat sich genau das durchgesetzt, würde ich sagen. Also bei den Vorläufern, Spencer, Kant, Marx, da hat man garantiert diesen Doppelanspruch, aber spätestens seit Max Weber sehe ich das nicht mehr, dass es einen flächendeckenden Anspruch gibt von Soziologinnen und Soziologen, die Gesellschaft nicht nur zu analysieren, sondern auch zu verändern. Also, kannst du dazu vielleicht nochmal was sagen? Weil dann wirkt natürlich die Lösung ein bisschen merkwürdig, weil ich nehme das so wahr, dass das genau das ist, was im Mainstream gemacht wird. Also, der Widerstreit zwischen Analyse und, eigentlich hast du ja Gesellschaftspolitik daran, also der lässt sich ja bis heute beobachten, wir hatten ja gestern in der Art Hochgruppe zu der Soziologie und dem Publika die Frage, ob nicht die Diskussion über die öffentliche Soziologie eine Neuauflage des alten Werturteilsstreits war. Und, also ich denke, sicherlich teilen es nicht alle Teile der Soziologie noch diesen Anspruch. Und das meine ich halt mit, das ist vielleicht ein bisschen zu zugespitzt formuliert, die Soziologie als monolithischen Block zu sehen, die das alle wollen. So ist es nicht, praktisch. Also man muss dann schon noch genauer gucken und dann werden sich viele starke Thesen, die ich hier gemacht habe, ein bisschen relativieren. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn ich mir das Kongressprogramm angeschaut habe, es gab viele Ad-Hoc-Gruppen und Veranstaltungen zur kritischen Theorie und die kritische Theorie hat ja schon den Anspruch, die Gesellschaft zu verändern. Also das, und das sehe ich sehr wohl noch, diesen Widerspruch. Nicht bei allen Teilen der Soziologie, aber dieser Anspruch wird immer noch sehr stark betrieben, denke ich. Also genau darauf möchte ich hinaus. Ich habe es so ein bisschen wie so ein Erinnerung vor, so wie ein entweder Nachhut oder wie der Neugefecht, kritische Theorie, das ist Systemtheorie. Das ist eine ganz lustige Geschichte. Wenn ich das nochmal aus einer distanzierteren Perspektive beobachten möchte, dann kann ich sagen, ist das nicht alles nur die logische Folgerung eines hypertrophierten Gesellschaftsbegriffes. Ich bin kein Gesellschaftsanalytiker als Soziologie. Ich analysiere soziale Handlungen und dann gibt es Gruppen und eine Großgruppe heißt Gesellschaft und so und das war es. Ja, also nur wenn ich mich diesen hypertrophierten Gesellschaftsbegriffen entweder der kritischen Theorie oder Humans anschließe, dann habe ich überhaupt das Problem des Dackebeins. Ich möchte das auch wieder runterbrechen auf ein ganz konkretes Problem, das was Sie genannt haben zum Naturwissenschaften. Und das möchte ich als Frage jetzt, als ethische Frage an alle mich stellen. Ja, ich bin in drei oder vier Wochen eingeladen bei einem Verband, der in Verbindung zwischen Fraunhofer-Institut und Bundeswehr an einem Battle Lab arbeitet. Also es geht darum, ein Labor zu entwickeln, das sozusagen moderne Gefechtssituationen simulieren kann, um Bundeswehrsoldaten in Auslandseinsätzen präziser auf komplexe Situationen vorbeleiten zu können. Sie wissen, alle haben diese Simulationsapparate, die Piloten, die Autofahrer, die Rellefahrer, alle haben sie. Die Bundeswehr hat das nicht, aber jede andere westliche Armee. Und jetzt frage ich Sie mal, ich möchte da nicht Gesellschaft verbessern, ich möchte die auch nicht verschlechtern, oder was mache ich da, verbessere ich, was mache ich da, ja? Darf ich das als Soziologe? Oder würden Sie sagen, nee, also, Herr Halbrecht, ja, wo sind wir denn hier? Ja, aber ich meine, jetzt schicken wir die Leute da überall hin, um vielleicht irgendwann die Koppen rauszuhauen oder so, dann klappt man auf sowas, ja? Also, wie geht man ganz konkret in so einer Situation mit so mega Ansprüchen, Gesellschaft zu verbessern oder was auch immer rum? Also, ich glaube, dass sozusagen diese Ebene der theoretischen Fixierung dieses Problems an dem Problem vorbeikommt, ja? Dass ich uns in der Berufspraxis laufend so konkret stelle, wie jetzt meine Frage, ja, mache ich das, ja oder nein? Und wenn ja, verbessere ich dann Gesellschaft oder welche Gesellschaft, ja, vielleicht nur unsere oder die Bundeswehr als Gesellschaft verbessere ich dann? Ist das sozusagen so ein Anspruch? Und analysieren tue ich natürlich auch, klar, aber nicht die Gesellschaft, sondern die konkrete Situation. Die Leute, also da muss ich jetzt mal als Systemtheorie durchsprechen, wo ich mich, wenn ich es jetzt so zu unverstehe, weil Human ist ja, dass er das Konkreteste, nämlich Kommunikation zugleich als das Allgemeinste fasst, nämlich Gesellschaft. Und deswegen versuche ich halt, diese interaktionistische Lesheit anzubringen, um auch ein bisschen das Bewusstsein dafür zu stärken. Einerseits, es ist durchaus möglich, zumindest Kommunikation zu verändern, nicht global, sondern wenn dann lokal, es geht im Grunde genommen bei jedem selbst los, jeder kann selbst was tun, um die Gesellschaft zu verbessern, indem er sein eigenes Kommunikationsverhalten mal reflektiert, überlegt, was er da macht. Und genau so gehen ja eigentlich Unternehmensberater vor, oder Politikberater. Ja gut, okay, aber dann versicht das jetzt als Ihr Plädoyer auf, für die sozusagen, dass ich mit meinem Handeln die Bundeswehr zu beraten, Kommunikationsprozesse einzugreifen, weil da geht es ja um Kommunikation zwischen unterschiedlichem Gefechtszentrum, und die wollen ihren Soldaten draußen sagen, Achtung, da hinten im Eck hat unsere Drohne einen entdeckt, passt auf Leute, der schießt gleich auf mich, ja, und dann verbessere ich Kommunikationsprozesse. Also die Frage ist, ob man da noch einen Soziologen für braucht, das wissen die wahrscheinlich schon selbst am besten, wie die ihre sozusagen Handlungs-, also ihr Leben und Handeln koordinieren. Naja, wissen sie nicht, die brauchen da echt soziologischen Beratungsbedarf, aber meine Frage ist jetzt, auf welcher konkreten Ebene stellt sich diese ganz abstrakte, sozusagen systemtheoretische Frage, die uns in unserem Berufsalltag sozusagen dann weiterbringt? Jetzt hier, würde ich sagen. Okay. Wir haben da noch eine Frage, ich möchte nur kurz anmerken, wir haben, ich denke, ein Bauernspieler hat ein Luxusproblem, der wird hier noch einen Vortrag halten und anschließend noch woanders, das heißt, aber bitte, nur als Anmerkung. Ja, ich wollte gar nicht nur eine Frage stellen, sondern, also, ich persönlich würde sagen, wenn man vor so einer Frage steht, dann muss man die sich selbst beantworten. Also ich möchte das von niemand anderem beantworten, ich möchte auch nicht sagen, dass ich das machen könnte, ob da jetzt die Bundeswehr unterstützt, also ich finde, also das ist eine besonders schwierige Frage auch, ich meine, die Bundeswehr geht in ein anderes Land und kämpft da. Und Sie haben jetzt auch einmal gesagt, da ist eine Drohne, die hat jetzt jemanden erfasst. So, nein, das wissen wir alle, Drohnen zählen nicht unbedingt so sicher, wie man uns das hier so erklärt. Also, ich finde, Krieg ist nochmal eine Ebene, die das Ganze wirklich sehr schwierig macht. Und ich finde auch, unterstütze ich die Bundeswehr, ist auch eine Frage, die jeder für sich selber wirklich moralisch unterstützen muss, klären muss, so, ob er oder sie das wirklich machen will oder nicht. Also, ich würde es nicht machen, das ist mir ganz klar zu sagen. Also, weil ich eigentlich noch einen Punkt machen würde, was ich dann auch mit dem Foto eigentlich bewusst zu machen versuche, ist, wie will ich das eigentlich jetzt, die Gesellschaft zu verändern. Also, und weil es halt gar nicht möglich ist, geht es bei jedem Einzelnen im Grunde genommen los. Was man dann daraus macht, ist genau die Entscheidung jedes Einzelnen. Im Grunde genommen spielen auch biografische Faktoren eine Rolle, was für Themen man sich sucht, um da dann vielleicht Probleme zu erkennen, die man lösen möchte. Und da kommt dann natürlich auch die Energie und die Motivation, jedes Einzelnen her, sich da reinzuhängen oder weiterzumachen. Wir haben noch zwei Wortmeldungen, drei sogar. Denn vielleicht wollen wir uns da mal bei Ordnung kommen. Also, eine ganz kurze Anmerkung. Ich habe manchmal den Eindruck, dass es nach wie vor so ein Problem von einem Selbstverständnis der Soziologie auch in einem Wissenschaftsfeld ist. Also, dass nach wie vor, ich glaube, das ist, kann man sich historisch gut angucken oder kultursoziologisch, eine sehr deutsche Unterscheidung zwischen so einem praktischen, naturwissenschaftlichen, wie auch immer gearteten Wissen und so einem kritischen Reflexionswissen, was dann die Geisteswissenschaften, insbesondere natürlich die Soziologie, weil sie alle anderen Wissenschaften noch beobachtet, anbieten kann. Und ich glaube, das ist ein Verständnis, wo man langsam sieht, dass das nicht mehr funktioniert. Also, ich glaube, da muss sich auch jeder einzelne Soziologe oder jede Soziologe nochmal fragen, weiß sie denn wirklich besser Bescheid darüber, was in der Welt passiert und was nicht. Also, zum Beispiel diese Bundeswehrfrage kann man halt auch ganz anders stellen. Woher weiß man denn, dass das jetzt irgendwie so schlimm ist? Und könnte man nicht auch fragen, was mache ich denn in der Welt schlechter dadurch, dass ich Soziologe bin? Vielleicht ist das irgendwie eine ganz sinnlose Veranstaltung und vielleicht sollte ich mal irgendwie einen ganz anderen Job machen, wo ich irgendwie direkter handele oder was auch immer. Also, welche Nichthandlungen machen die Welt schlechter dadurch, dass ich Soziologe bin? Und ich glaube, in diesem Selbstverständnis, wenn man sich ein bisschen runtersetzt in dem Anspruch und dieses Selbstverständnis ändert, zum Beispiel, das finde ich bei Gehlen ganz schön, auch so eine Handwerkswissenschaft einfach als Soziologie, was Sie vorhin auch gesagt hatten, dass man dort, wo man Soziologie brauchen kann, die auch nutzen kann, aber auch eben nicht in dem Glauben, dass das jetzt dann irgendein bis sonst ins Reflexionsniveau haben müsste. Ich glaube, dann kommt man auch eher zu so einer Wirkung und wir sehen das ganz eindeutig, dass das was mit den Wissenschaftskulturen hat. Also, in den USA stellt sich diese Frage einfach nicht. Und da findet eine ganz andere Soziologie statt, die heutzutage in ganz vielen Feldern auch nicht mehr Soziologie heißt. Und das war's. Klaus Pohlmatz? Ich würde da sogar ganz gut anschließen, bei dem wir uns mal sorgen, um die Konsequenzen unseres Handelns. Es ist ja wirklich gut, was wir tun, verbessern wir damit die Welt oder können wir das wirklich abschätzen, was jetzt da rauskommt? Das ist ja das beste Thema. Vielleicht ist es ja tatsächlich gut, den Leuten zwar echt mal wieder ein Leben gerettet haben, aber aus einer anderen Perspektive wird es dann wiederum, ob wir jetzt versuchen, die Welt zu verbessern, denn wie wir arm und bekämpfen, daraus dann auch wieder schlechtere Konsequenzen zu kommen. Also, das ist so diese Problematik, die ich da sehe, dass wir nie genau abschätzen können, was kommt denn dabei raus? Und dann halten wir es dann lieber ganz raus. So ist es ein bisschen. Aber das soziologische Wissen, das produziert wird, kommt ja trotzdem irgendwie in die Gesellschaft, das diffundiert ja irgendwie rein. Und da ist mein Ansatz eben, warum nicht dann auch den persönlichen Entstehungskontext dieses Wissens noch mit vermitteln, dass wir eben sagen, nein, wir wollen eben genau dieses Armutproblem bekämpfen oder dieses Ungleichheits, was ja in vielen Soziologien einfach gemacht wird. Und da bin ich einfach schon auch der Meinung, dass da mehr kommuniziert werden muss, einfach um zu sagen, wir wissen zwar nicht, was kommt, aber dieser Punkt ist jetzt gerade das, was uns irgendwie aufstößt, weil es eben nicht gerecht so geht. Und da dann eben auch zu sagen, naja, Soziologie kann dazu was sagen. Ich glaube, auch jeder sollte sich sozusagen auch immer fragen, warum mache ich das eigentlich für Soziologie? Warum betreibe ich das? Es muss ja irgendeinen auch geografischen Zusammenhang dazu geben. Ansonsten würde ich das nicht machen. Philipp Reimann. Vielleicht nur noch mal ein, zum Herrn Vollmann, der hat gesagt, ich glaube, man muss unterscheiden, ob man darüber redet, ob man jetzt Gesellschaft verändert oder sowas, oder ob man darüber redet, dass man Wissen nach außen trägt. Gesellschaft zu verändern, ist erst mal ein normatives Konzept. Und wir haben auch schon gesagt, ob man wirklich etwas verändert, eigentlich hängt, glaube ich, mit anderen Mechanismen zusammen, in welchen Stellen der Gesellschaft man sitzt. Also, wobei man jetzt irgendwie im Blog schreibt oder so, verändert man vielleicht nichts, verändert man die Leute, die da in den Hebeln sitzen. Das ist vielleicht einfach eine andere Problematik. Aber ich glaube, worum es eher geht, ist, dass man die interne Logik von Wissenschaft mehr aufbricht. Also, dass Wissenschaft eben nicht selbsterzeugend ist und aus sich selbst heraus sich immer wieder generiert, sondern dass man eben Wissen nach außen trägt. Und da habe ich bei dir nicht ganz verstanden, quasi die Schlussfolgerung nicht verstanden, weil ich es so verstanden habe, dass, also, damit man Wissenschaft nach außen trägt, muss man Wissenschaft nach außen tragen. Das war mir irgendwie nicht ganz klar. Also jetzt in so einer systemtheoretischen Einbettung, nee, sozusagen das eine zu machen, muss man das andere tun. Das war eigentlich die Pointe des Ganzen. Um wirklich gesetzlich, also man kann halt das Wissen, was man produziert, nicht kontrollieren. Hatten wir jetzt schon ein paar Mal im Verhältnis zu den Medien, aber auch, wie das dann von Unternehmensberatung oder so angewendet wird, kann man ja alles nicht kontrollieren. Es sei denn, man geht selbst dann in diese Unternehmensberatung rein und wir kommen mit. Also ich wende das praktisch, sozusagen das Wissen, was ich im Studium, wenn ich das noch zu Ende sagen darf, das Wissen, was ich im Studium erworben habe, wende ich heute praktisch in meiner Tätigkeit an, in gewisser Weise soziale Arbeit. Ich habe da erst bei der Arbeit verstanden, was diese ganze theoretische Wissen, was ich halt im Studium gehabt habe, praktisch bedeutet, wo ich das anwenden kann. Die ganzen großen Themen der Soziologie kommen dort zusammen und ich arbeite dann mit Menschen, mit Schicksalen auch. Und das wird einem erst so richtig bewusst, wenn man vielleicht diesen Hintergrund mit hat, auf was für einer sensiblen Ebene man da arbeitet. Das klingt vielleicht komisch, dass wir als Systemtheorie, die dann wieder arbeiten Menschen und so in die Vordergrund stelle, aber ich breche halt viele bekannte Klischees der Systemtheorie auf. Bis zum nächsten Mal.